So meine Freunde, heute steht eine Flussfahrt an. Viel Spaß dabei. Bis später. Bis später. Bis später. Sag mal eine Kamera, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Los geht's. Geht los. Geht los. Der Benefurter Stausee ist der letzte im System der Ostraalsperren. Es sind sechs Talsperren, die dazugehören. Kernstück ist die Rappoldetalsperre. Unser Stausee ist der einzige, der nicht der Trinkwassergewinnung dient. Und so haben wir die Möglichkeit Wassersport zu betreiben und Fluss zu fahren. Unser Stausee hat ein maximales Volumen von 9 Millionen Kubikmeter. Die Staubauer hinter uns eine Höhe von 42,5 Meter über der Gründungssohle. Die Talsperren haben ihre Aufgaben. Einer der wichtigsten ist natürlich der Hochwasserschutz. Ganz genauso wichtig, fast kann man sagen, die Wasserregulierung. Dass auf den trockenen Sommern genug Wasser unten im Land ankommt für die Industrie und die Landwirtschaft. Die dritte Aufgabe ist die Energiegewinnung. Die vierte trifft für uns nicht zu, aber auch für die anderen. Gewinnung von Trinkwasser. Unser Stausee hat noch eine spezielle Aufgabe. Er dient als Unterbecken für ein Punktspeicherwerk, was wir in Kürze sehen werden. Die Länge unserer Stausee ist die Kilometer. Wir werden die gesamte Strecke absolvieren können, bis auf ein paar Meter. Eine Sehenswürdigkeit werden Sie dann ein paar wissenswerte Dinge erfahren. Getränke sollten wir hier noch an Bord haben. Wo es die gibt, haben Sie ja schon rausgefunden. Hier hinten am Dresen will ein menschliches Bedürfnis. Das ist auch kein Problem. Unsere Räucherkammer hier hinten ist multifunktional. Die kann auch als Toilette genutzt werden. Fische sind raus. Daniel, kannst du mit? Mal hoch. Gehen wir mal aufs Deck. Mach es aber nicht kaputt. Da können wir nicht mehr lenken. Wir sollen wieder umdrehen zum Ufer. Und dann? Wir sollen wieder umdrehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, wann die hier weggekommen werden. Achso. Ich glaube nur 20 Euro. Das wäre ein bisschen viel. Ich bin hinter einem Auto hergerannt. Ich bin hinter meinem eigenen. Da bin ich gestoppt. Hi. Witzkotty hat sich gerade verabschiedet. Ja. Das sieht man. Ja. 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 Du hast du es gesehen. Glücklich, Marti. Grüß dich, Marti. Ja. 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 Nein, gibt es nicht. Jetzt sind wir ja in Wendefort. Und jetzt fahren wir noch mal nach Berlinerode. Kuchen essen. Yay. Aber Baumkuchen. Dann sind wir wirklich in Wendefort. Ja. 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 Ja, hatten wir doch so eigentlich, dass wir Sipplein machen wollten und die anderen gehen über die Brücke. Das sollte eigentlich vor den Floß fahren. Das ist ja komplett ausgefallen. Ja, ja. Mama, guck doch mal! Was ist los? Und hör auf den Lahren. Hast du's drauf? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Au. Zicke zacke, zicke zacke. Zicke zacke, zicke zacke. Ei, ei, ei. Kinderwagen, Kinderwagen. Schieb, schieb, schieb. Hunde, Hunde. Hunde, Hunde. Wow, wow, wow. Und tschüss. Olé, wir fahren in Puff nach Panselona. Olé, olé. Oh, oh, wo. Você pode zu Hause? sorry, ambulance. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal.